Solltest du auch ein ordentliches Examen anstreben, musst du jetzt ganz genau aufpassen. Denn jetzt besprechen wir Schritt für Schritt den Aufbau einer jeden juristischen Klausur. Zwar muss ein guter Jurist natürlich wesentlich mehr drauf haben, als gute Klausuren zu schreiben. Aber mindestens bis zum ersten Examen ist das deine einzige Möglichkeit zu belegen, dass du in der Lage bist, mit Recht umzugehen. Außerdem sind gute Examensnoten die Möglichkeit schlechthin, ohne großes Fake-Gelaber und Eigenpromotion direkt an die wirklich krassen Jobs zu gelangen. Für herausragende Noten gibt es gewisse Regeln, die man immer wieder beachten muss. Befolgt man diese Regeln, erhält man eine gute Note. So einfach ist das. Das Schöne an juristischen Klausuren ist nämlich, dass sie immer wieder exakt denselben Aufbau verfolgen. Bevor wir in den Fall einsteigen, zunächst zwei wesentliche allgemeine Punkte. Als erstes etwas zur Zeiteinteilung bei der Klausurerstellung. Die ist verdammt wichtig, da juristische Klausuren keine reine Wissensabfrage, sondern eine Wissensabfrage auf Zeit darstellen. Die Zeit ist deshalb so knapp im Messen, weil du auch in der Praxis später ziemlich schnell schalten können musst, um vor Gericht auf spontane Tatsachenänderungen schnell reagieren zu können. Im Strafrecht ist das am extremsten, weil da am meisten vor Gericht passiert, weshalb da auch die Zeit in den Klausuren immer am knappesten bemessen ist. Konkret empfehle ich ein Drittel der Klausurzeit für Sachverhalt lesen und Lösungsskizze und zwei Drittel für das Niederschreiben. Ich selbst habe den Sachverhalt dabei immer nur einmal dafür ordentlich Wort für Wort und mit Textmarker gelesen. Einmal schnell lesen und dann noch einmal mit Textmarker hat bei mir persönlich immer zu lange gedauert und mich eher in Hektik als in die notwendige sachliche Coolness versetzt. Die Lösungsskizze habe ich dann immer so ordentlich wie möglich gestaltet, also möglichst alle wichtigen Stichwörter und Abkürzungen notiert und auch bereits ordentlich durchnummeriert. Das hatte immer den Vorteil, dass ich quasi nur das erste Drittel der Klausur wirklich intensiv nachdenken musste und beim dann folgenden Runterschreiben nur noch meine Deutschkenntnisse zum Füllen der ausformulierten Sätze gebrauchen musste. Manchmal konnte daher die Lösungsskizze deshalb auch bis zur Hälfte der Gesamtzeit einnehmen, erfahrungsgemäß wurde es dann mit dem Runterschreiben allerdings etwas wilder. Hin und wieder habe ich auch gehört, dass empfohlen wird, es mal ganz ohne Lösungsskizze zu probieren. Das halte ich für ausgemachten Bullshit. Ganz einfach, weil juristische Klausuren dafür zu sehr einer Matheprüfung ähneln. Wie du nachher sehen wirst, gibt es zu viele Stellen, an denen man in die eine oder andere Richtung abbiegen kann. Wenn man die Klausur direkt runterschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass man an einer Stelle durch gute Argumente in die falsche Richtung abbiegt. Das mag dann zwar juristisch total vertretbar sein, aber wir dazu führen, dass einige Punkte auf der Prüferlösung ausgelassen werden. Und für eine gute Note, worum es beim Klausurenschreiben nun mal absolut hauptsächlich geht, muss man so viele Punkte behandeln wie möglich. Dazu kommen wir auch gleich im Fall nochmal. Da erfährst du auch, wie so eine Lösungsskizze aussehen kann. Als zweites vorab etwas zur Prüferperspektive. Die zu raffen, ist nämlich ebenfalls unfassbar wichtig für eine gute Note. Denn die Prüferin oder der Prüfer soll dir schließlich genau eine solche gute Note geben. Er oder sie bewertet dich, also genau ihm oder ihr präsentierst du deine Jura. Hierzu muss man verstehen, wie so ein Prüfer tickt. Und alles, was ich jetzt sage, meine ich vollkommen ironiefrei. Dein Prüfer, ob in einer Erstsemesterklausur oder im Examen, wird einen riesigen Stapel von Klausuren auf seinem Tisch liegen haben. Für die Korrektur einer solchen erhält er irgendwas zwischen 5 und 20 Euro. Fertige Anwälte verdienen für eine einstündige Erstberatung im Durchschnitt rund 120 Euro. Das bedeutet, der Prüfer muss mindestens 6 Klausuren in einer Stunde korrigieren, um auf diesen Stundenlohn zu kommen. Bei Erstsemesterklausuren würde ich mal davon ausgehen, dass es eigentlich etwas mehr sind, weil dafür niemals 20 Euro pro Klausur gezahlt werden. Zwar korrigieren diese Erstsemesterklausuren meist keine Anwälte, aber 20 Euro pro Stunde will jemand mit einem ersten Examen mindestens auch ganz gerne machen. Aber selbst bei 15 Minuten pro Klausur ist das verdammt wenig. Das bedeutet also, ganz viel von dem, was du da in mühevoller Kleinstarbeit niederschreibst, wird von deinem Prüfer im aus seiner Sicht Optimalfall nur überflogen. Deshalb ist es ganz wichtig, deine Klausurlösung so nah wie möglich an der Originalklausurlösungsskizze aufzubauen und möglichst viele Stichworte zu droppen. Das mag einem etwas albern vorkommen, aber ich habe immer Worte wie Anfechtung, Essenziale Negoti oder die Paragraphen so ordentlich wie möglich geschrieben, damit der Prüfer da schnell sein Häkchen dranpacken kann und so wenig wie möglich querdenken musste bei meiner Klausur. Denn je weniger der querdenken muss, desto schneller ist der mit deiner Klausur fertig. Sprich, desto weniger abgefuckt ist der, ergo desto gewillter, dir eine gute Note zu geben. Ich will damit sagen, natürlich macht es in der Praxis einen guten Juristen aus, möglichst um die Ecke zu denken und andere Wege als der Mainstream zu gehen, denn nur so kann man der Gerechtigkeit eine neue Perspektive bzw. dem Mandanten eine interessante Alternative zu seiner Rechtsdurchsetzung bieten. Aber wenn noch ein Stapel von 40 Klausuren auf dich wartet, hättest du da wirklich Bock, 30 unterbezahlte Minuten was über die absolute Mindermeinung von irgendeinem Juraanfänger zu erfahren? Ganz ehrlich, das fuckt dich doch schon ab, wenn einer deiner Professoren in seiner Vorlesung abgedrehte Mindermeinungen runterlabert, egal wie gut die sein mögen. Zu diesem Prüferverständnis gleich auch nochmal etwas mehr. Macht dir nur schon mal klar, dass ein Prüfer Stichworte lesen will, die möglichst nah an der Lösungsskizze aufgebaut sind. Die weiteren Regeln, die immer wieder gelten, werde ich dir nun anhand einer Klausurlösung demonstrieren. Zunächst nun aber erst einmal der dazugehörige Sachverhalt. Der BGBAT-Superfall. Wir schreiben das Jahr 2003. Schon damals läuft bei B, da er dir mit Abstand sexiest Hobby on Earth frönt, dem Brieftaubensport. Bei dieser atemberaubenden Sportart geht es darum, Tauben mit dem bestmöglichen Training und Futter zu Höchstleistungen zu pushen. Bei den dazugehörigen Wettbewerben werden die Tauben mit einem Speziallastwagen zu einem einige hundert Kilometer von ihrem Heimatort entfernten Auflassort transportiert, von wo aus sie ihren Heimflug antreten. Es gewinnt derjenige Brieftaubenzüchter, dessen Tauben über die Distanz gemessen, als schnellste den Heimatort erreichen. Da B kürzlich 18 geworden ist, steht dieses Jahr seine letzte Teilnahme bei der Bezirksmeisterschaft der Jugend an. Seit Jahren hält B dort Platz 1, was natürlich zu einem ziemlichen Erfolg beim anderen Geschlecht führt, da Mädels von Natur aus immer auf Typen stehen, die derbe fly sind. Um einen gebührenden Abschlusserfolg verzeichnen zu können, bevor er in die Gentleman League der Taubenzüchter aufsteigt, möchte sich B auf der einmal jährlich in Dortmund stattfindenden Brieftaubenzüchter-Messe ein neues Spitzentier zu legen. Da er selbst jedoch nur äußerst ungern das Barbarossa Platz District verlassen möchte, bittet er seine Freundin Esmeralda, welche ebenfalls volljährig ist, für ihn ein geeignetes Exemplar zu erwerben. Der Preis soll maximal 10.000 Euro betragen. Esmeralda, die ihm schon mehrfach bei derartigen Wettkämpfen hat zujubeln dürfen und Taubenzüchter im Allgemeinen natürlich sowieso extrem hot findet, erklärt sich gerne dazu bereit. Auf der Sporttaubenmesse angelangt, trifft Esmeralda auf den zu diesem Zeitpunkt 15-jährigen Taubenzüchter Sven Gelbke, der bei den Jugendmeisterschaften seit einigen Jahren dem B immer dichter auf den Fersen ist. 1999 und im vorletzten Jahr entging ihn bei der Meisterschaft in zwei unvergesslich spektakulären Luftjagden. Auf den letzten Metern nur knapp der Sieg. Sven zeigt Esmeralda einige seiner zum Verkauf bereitstehenden Tiere. Dabei fällt ihr Auge aus einem Gefühl weiblicher Intuition sofort auf ein ihrer Meinung nach ausgesprochen hübsches und gepflegtes Taublein, welchem noch dazu ein Preisschild mit der Aufschrift 9.000 Euro auf den linken Flügel gepappt wurde. Zwar bemerkt sie im Vergleich zu den anderen Tauben, dass dieses Tier nicht mit dem aerodynamischsten Körperbau gesegnet ist, jedoch hält sie es dennoch für genauso wettkampfgeeignet wie die anderen auch. Außerdem hat dieses Exemplar zusätzlich einen im Vergleich zu den anderen Tauben relativ dicken, trichterförmigen, buschigen Schwanz und vor allem ein besonders schönes weißes Federkleid, was sie ausgesprochen ästhetisch findet. Und eine optisch einwandfreie Performance, so denkt sie, ist ihr auch nie zu verachten. Nachdem Sven ihr auch versichert hat, dass etwaige Flecken ebenso leicht entfernbar sind wie bei grauen Exemplaren, ist für Esmeralda der Drops gelutscht und sie sagt zu Sven, dass sie die Taube gerne für B. erwerben möchte und dieser Sven das Geld in einigen Wochen zukommen lasse. Sven ist einverstanden und gibt ihr die Taube sofort mit. Mit der Bahn und der Taube in Köln angekommen, zeigt sie B. freudig ihre Errungenschaft und erläutert auch stolz den Grund für ihren Kauf. B. erkennt natürlich sofort, dass es sich um eine für das Wettfliegen äußerst ungeeignete Gartenfauttaube handelt, entschließt sich aber trotzdem dazu, sein gequältes Grinsen aufrecht zu erhalten und sich der Vollheit halber grüßen und wenn überhaupt in ein paar Tagen um den Fehlkauf der Esmeralda zu kümmern. Vor allem, weil er gerade überhaupt keinen Bock hat, in den Rohpott zu gurken. Allerdings ruft er aufgrund von Svens Minderjährigkeit bei dessen Eltern an, um sich über den generellen Bestand des Geschäfts zu erkundigen. Svens Eltern, die sich völlig unverschändlicherweise reichlich wenig für das atemberaubende Hobby der Taubenzucht interessieren und schon vorhin nur mit einem Ohr zugehört haben, als Sven freudig und stolz von seinem Geschäft erzählt hat und nur mit Ja, ja, ist schon in Ordnung, geantwortet haben, bitten um etwas Bedenkzeit gegenüber B und schreiben sich bezüglich einer Rückmeldung bei ihm einen Motiv, die sie natürlich nur wenige Sekunden nach dem Telefonat verschusseln, sodass sie sich nicht wieder bei ihm melden. Auch B meldet sich nicht mehr, da er irgendwann im bekifften Kopf festgestellt hat, dass die Taube sich aufgrund ihres kräftigen Hinterteils auch prima als Schuhspanner für Cowboystiefel eignet. Am Tag des Wettbewerbs, einen Monat später, kommt es dann allerdings zum großen Eklat. Schon der Start seiner Taubemannschaft verzögert sich enorm, da er knapp eine Stunde damit beschäftigt ist, seine männlichen Tiere davon abzuhalten, das schöne weiße Weibchen zu bespringen. Nachdem es ihm mit viel Geschreie, Gefluche und einem Besenstiel gelungen ist, die Tiere zum Abflug zu motivieren, sieht er sie schon am ersten Kirschturm wieder nach unten segeln, um an einer lusteren Hochzeitsgesellschaft teilzunehmen. Als er sie von dort aus mit Hilfe des Pfarrers, der wie wild die Glocken läutet, endlich zum Weiterflug animieren kann, ist es bereits zu spät. Der Vorsprung der anderen Tiere ist bereits zu groß, sodass letztlich in diesem Jahr erstmals Sven Gelbke den ersten Platz belegt. Zornig ruft B. bei Svens Eltern an und erklärt ihnen, dass Sven kein Pfennig von ihm sehen würde, weil er nämlich den Deal hiermit schön wegen dem Irrtum der Esmeralda für null und nichtig erachte. So eine Scheißtaube sei im Übrigen maximal und wenn überhaupt 10 Euro wert. Sven ruft empört aus dem Hintergrund, dass B. ihn mal kreuzweise könne und beharrt weiterhin auf Zahlung. Wenn du Bock hast, kannst du jetzt kurz auf Pause drücken und eine kleine Lösungsskizze erstellen. Den Sachverhalt findest du unten in der Beschreibung. Du kannst dich aber auch einfach zurücklehnen und lauschen. Your choice. Da es im Zivilrecht immer darum geht, dass einer was von einem anderen will, beginnst du deine Prüfung ja immer mit folgender Frage. Wer will was von wem woraus? Ist nach Ansprüchen im Allgemeinen gefragt, kann das schon mal etwas komplexer werden. Dann müssen alle in Betracht kommenden Ansprüche aller Parteien gegeneinander angeprüft werden. Hier sind von der Klausurfrage her jedoch schon die ersten drei Elemente klar vorgegeben. Sven will 9000 Euro von B. Es ist also nur noch die Anspruchsgrundlage zu ermitteln. Hierzu gehst du den Anspruchsaufbau aus Folge 3 durch. Hier kommt direkt ein vertraglicher Anspruch, nämlich einer auf Kaufpreiszahlung nach § 433 Absatz 2 BGB in Betracht. Dein oberster Obersatz in dieser Klausur lautet also, es könnte gegen B einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 9000 Euro gemäß § 433 Absatz 2 BGB haben. Das Sternchen hinter dem BGB steht da nicht ohne Grund. Um nicht immer wieder das Gesetz in der Klausur zitieren zu müssen, machst du auf der ersten Seite deiner Klausur einen Strich bei der vierten Zeile von unten und notierst dort hinter einem weiteren Sternchen, die nachfolgenden Paragrafen sind, wenn nicht anders vermerkt, solche des BGB. Da juristische Klausuren keine reine Wissensabfrage darstellen, sondern eine Wissensabfrage auf Zeit und daher von den Minuten her immer ziemlich knapp bemessen sind, ist es gut, so viel Zeit wie möglich zu sparen und nicht immer wieder daran denken zu müssen, das Gesetz hinzuschreiben. Nach deinem ersten Obersatz folgt die Definition gemäß dem Gutachtenstil, was in Fachkreisen ja auch Otze für Obersatz, Definition, Subsumption, Ergebnis genannt wird. Definition meint ja aber nicht nur das reine Definieren von Begriffen, sondern auch Voraussetzungen. Voraussetzung für den Anspruch von Sven ist, dass ein solcher Anspruch besteht. Das so zu machen, wie ich dir das jetzt zeige, ist zwar etwas sehr pingelig, aber mir geht es hier darum, dass du die Grundlogik einer jeden Klausur verstehst, weshalb wir das jetzt einmal ganz genau durchgehen, damit du für dein Leben ein für alle Mal verstehst, wie das mit den Klausuren in Jura so läuft. Ein Anspruch im Zivilrecht besteht, wenn dieser entstanden, nicht untergegangen und durchsetzbar ist. Will man diese Aussage dogmatisch in Otze einordnen, handelt es sich um eine verfeinerte Definition. Die weitere Aussage, dazu muss ein solcher Anspruch entstanden sein, stellt also bei genauer Betrachtung wieder sowohl selbst eine Definition dar, als auch einen Obersatz für die nachfolgende Prüfung. Das zu verstehen ist essentiell für die juristische Begutachtung. Und glaub mir, mindestens 60% aller praktizierenden Juristen haben das nie so ganz richtig verstanden. Jedoch stellt genau das die Grundlogik unseres Faches dar. Juristen sprechen Recht. Das heißt, sie sagen Leuten, was richtig und was falsch ist. Allerdings lässt sich keiner so richtig gerne sagen, was richtig und was falsch sein soll. Aber wenn schon, dann will er es systematisch, step by step und ohne Logiklücken erklärt kriegen. Deshalb ist das Einhalten des Gutachtenstils einer der absolut wichtigsten Tipps, die ich dir überhaupt geben kann. Von deiner ersten Juraklausur bis zur letzten. Realtalk. Wenn du das nicht raffst, vergammel schön in irgendeiner semiprofessionellen Anwaltsglitsche und erzähl deinen Mandanten, dass der Richter eine Meise hat und ihr nur deshalb verloren habt. Der Richter und ich zerlegen dich aber problemlos in jeder Verhandlung zum Mosaik. Darum geht es nämlich de facto bei Jura in der Praxis. Den Gegner mittels logischer Zerlegung seiner Argumentation bis ins kleinst zerlegbare Detail aufzuzeigen, dass seine Vorstellung von Gerechtigkeit vielleicht einer simplen, gefühlsgetragenen Bewertung standhält, aber nicht einer alles in die Waagschale einwerfenden Betrachtung der Logik. Also dass Vertrag nicht gleich Vertrag ist, Tritt nicht gleich Tritt, Nein nicht gleich Nein und auch Ja nicht gleich Ja. Einzelfallbetrachtung bedarf eben einer genauen Begutachtung eines jeden Einzelfalls. Deshalb lautet die beste Antwort eines Juristen ja auch immer, es kommt drauf an. Du musst deshalb den Obersatz immer detaillierter prüfen, um dich allen Problemen im Einzelnen zu nähern. Der Anspruch muss also entstanden, nicht untergegangen und durchsetzbar sein. Zunächst muss er daher entstanden sein. Immer wenn eine neue Nummerierung einsetzt, lässt du am besten eine Zeile frei, um das Ganze etwas übersichtlicher zu gestalten. Dazu wiederum, dass eben der Anspruch entstanden ist, müsste zwischen S und D ein Kaufvertrag zustande gekommen sein. Wieder stellen wir also eine Voraussetzung Schrägstrich Definition auf, die gleichzeitig selbst Obersatz für die nachfolgende Prüfung darstellt. Wir haben also immer noch nicht subsumiert, sondern nähern uns lediglich Schritt für Schritt tiefer der Materie. Nun müssen wir uns also anschauen, ob ein Kaufvertrag zwischen S und B besteht. Betrachten wir die Vorschrift des Paragraph 433 ganz genau, sehen wir, dass dieser grundsätzlich auf Sachen zugeschnitten ist. Als pingelige Juristen, die wir nun mal sind und auch sein wollen, stocken wir hier natürlich kurz und fragen, Moment mal, sind Tauben eigentlich Sachen? Und schon haben wir wieder einen neuen eingeschachtelten Obersatz, den es komplett selbstständig mit Otze zu bearbeiten gilt. Bei Definitionen gilt die Regel, dass es immer am besten ist, wenn wir eine solche im Gesetz haben. Schauen wir in das Inhaltsverzeichnis des BGB, so sehen wir, dass Regelungen über Sachen und Tiere ganz allgemein in den Paragraphen 90 folgende geregelt sind. Dabei stellt Paragraph 90a fest, dass Tiere keine Sachen sind, aber als solche behandelt werden. Unsere Subsumption ergibt, dass es sich bei Tauben um Tiere handelt. Ergo, auf Tauben sind die Regeln über Sachen und damit über Kaufverträge anwendbar. Und wir haben das erste Mal in der Klausur zeigen können, wie schön wir den Gutachtenstil, also Otze, also die Essenz der juristischen Logik beherrschen. Zugegeben ist das hier ein ziemlich simpler Fall von Otze. Ob du das in der Klausur so detailliert darstellen solltest, ist sicherlich streitbar. Ich kann dir hier allerdings nur sagen, dass ich es an dieser Stelle gemacht hätte. Warum? Weil das hier die erste Seite deiner Klausur ist. Und die ist etwas ganz Besonderes. Es ist das erste, was dein Prüfer von dir sieht. Also der Typ mit dem abgefuckten Mindset. Ein schönes Schriftbild wird diesem abgefuckten Mindset allerdings vielleicht schon etwas wohlwollender stimmen. Gerade bei der ersten Seite als Gruß an den Prüfer habe ich also immer darauf geachtet, möglichst hübsch zu schreiben, ohne Gekrickel, mit angemessenen Zeilenabständen und eben möglichst auch mit einem perfekten Otze direkt auf Seite 1. Damit zeigst du direkt, dass du Otze einwandfrei beherrschst, auch wenn du später in der Klausur aufgrund von Zeitnot mal an der einen oder anderen Stelle etwas wischiwaschi werden müsstest. Aus eigener Erfahrung beim Klausurenkorrigieren weiß ich, dass ich mir immer die erste Seite genau durchgelesen habe, während man später immer mehr dazu neigt, nur nach Stichworten zu suchen. Deine erste Seite sollte also so perfekt wie möglich sein, so wie wir das hier auch schön ausgeschrieben haben. Von jetzt an schreiben wir die Lösung im Lösungsskizzenstil weiter, damit du siehst, wie du möglichst knapp innerhalb des ersten Drittels deiner Klausur nur das Wesentliche notieren kannst. Als zweites ist fraglich, ob zwischen S und B ein solcher Kaufvertrag wirksam zustande gekommen ist. Ein solcher Bedarf per Definitionem zwei übereinstimmender Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Beim Ausformulieren später ist zu beachten, immer alle Paragrafen so genau wie möglich zu zitieren. Wie in Folge 4 besprochen, muss man jetzt typisch juristisch pingelig als nächstes genau prüfen, worin das Angebot und worin die Annahme zu erblicken ist. Als erstes könnte ein Angebot durch S vorliegen, indem er der Taube das Preisschild an den Flügel pappte. Ein Angebot stellt eine Willenserklärung dar, welche Handlungswillen, Rechtsbindungswillen und konkreten Geschäftswillen benötigt. Es müsste zunächst Handlungswille vorliegen. Handlungswille ist gegeben, wenn der Erklärende aus eigenem eigenen Willensentschluss heraus handelt. Es liegen vorliegend keine dahingehenden Erkenntnisse vor, dass S der Taube nicht bei vollem Bewusstsein das Preisschild an den Flügel gepappt hat. Handlungswille ist damit gegeben. An dieser Stelle haben wir jetzt wieder wunderschön Otze gemacht. Allerdings kommt es einem hier wirklich wieder sehr albern vor, weil das Vorliegen des Handlungswillens quasi immer sehr offensichtlich ist. Würde man das in der Klausur vollständig im Gutachtensstil ausformulieren, müsste man sich von dem Prüfer wahrscheinlich zu Recht mangelndes Problembewusstsein vorwerfen lassen. Außerdem dürfte es mit der Zeit in der Klausur wahnsinnig knapp werden, wenn man jedes noch so kleine Wörtchen im Gutachtensstil begutachtet. Eine Möglichkeit, nicht einfach zu schreiben, Handlungswille ist gegeben und damit in den unbeliebten Urteilsstil zu verfallen, ist der sogenannte verkürzte Gutachtensstil. Hierbei werden Subsumption und Definition zusammengezogen und das Ergebnis folgt im darauf folgenden Nebensatz. Idealerweise leitet man diesen verkürzten Gutachtensstil mit dem Wörtchen in dem ein und vermeidet die Worte da oder weil, um den jeweiligen Satz klar vom Urteilsstil abzugrenzen. Eigentlich könnte man genauso gut da oder weil benutzen, da der Gutachtensstil sich durch das Voranstellen des Ergebnisses auszeichnet. Jedoch muss man sich auch hier wieder in den Prüfer hineinversetzen. Oft sind die übermüdet oder einfach gar nicht mal so gute Juristen, wie sie selbst meinen und dann hat man schneller mit rotem Marker eine Bemerkung aller Urteilsstil am Rand stehen, als man gucken kann. Natürlich sollte man insoweit später eigentlich remonstrieren können, aber darauf würde ich nie allzu viel spekulieren. Denn dann braucht der Prüfer zum Beispiel hier später nur zu sagen, dass die Anwendung des Urteilsstil an der Stelle für die Gesamtnote nicht ausschlaggebend war und schon steht man da wie Hans August mit seinem kurzen Hemd auf dem Jahrmarkt. Nämlich so. Deshalb formuliert man am besten nachher so aus. Indem es der Taube willentlich das Preisschild an den Flügel klebte, agierte er mit Handlungsbewusstsein. Weiterhin müsste er mit Erklärungsbewusstsein gehandelt haben. Also mit dem Willen, sich rechtlich zu binden. Jemand, der eine Sache in der Öffentlichkeit zum Verkauf mittels Preisschild ausstellt, wird regelmäßig nicht wollen, dass ein Vertrag zustande kommt mit jedem, der vorbeiläuft und einfach nur Ja, ich will! sagt. Zum einen könnte es dadurch zu einer Vielzahl von Verträgen kommen, die ihn alle verpflichten würden, die er doch nicht alle erfüllen könnte, weshalb er sich schadesatzpflichtig machen würde. Dies kann bei objektiver Betrachtung nach dem für die Auslegung von Willenserklärungen relevanten objektiven Erfängerhorizont nach Paragrafen 133 und 157 nicht gewollt sein. Zum anderen ergibt sich dies auch gerade bei derart edlen Tieren wie der Taube, die man ob ihrer Pracht und Pflegebedürftigkeit nicht an jeden x-beliebigen, dahergelaufenen Dude abgeben wollen wird. Wie man sieht, kann man eine saubere Subsumption an dieser Stelle bereits lediglich mit einem fundierten dogmatischen Wissen über die Willenserklärung vollziehen, wie du es in Folge 4 gelernt hast. Solltest du den von rechtsgelehrten geprägten Begriff kennen, der hier einschlägig ist, nämlich die sogenannte Invitatio ad Offerendum, zu deutsch die Einladung zum Angebot, ist das super, das hier hinzuschreiben. Also vielmehr handelt es sich bei dem Anbringen eines Preisschildes regelmäßig um eine sogenannte Invitatio ad Offerendum, also eine Einladung an den jeweiligen Kaufinteressenten, ein Kaufangebot abzugeben. Allerdings siehst du mal wieder, dass du eigentlich derartiges Fachvokabular in der Juristerei nicht benötigst, um eine saubere Lösung zu erstellen. Aber natürlich wird dein Prüfer sich sicher wieder freuen, wenn er in deinem Absatz zu den hiesigen Ausführungen das passende lateinische Wortgefüge erkennt und rasch sein rotes Häkchen vermerken und weiter fortschreiten darf, da er ja seit Seite 1e schon weiß, dass du den Gutachtensstil beherrschst. Rechtsbindungswille ist also nicht gegeben, weshalb an dieser Stelle kein Angebot des S vorliegt. Als nächstes muss man daher prüfen, ob ein Angebot des B vorliegt. Wie bei der Folge zur Stellvertretung besprochen, stellst du zunächst fest, dass durch B selbst kein Angebot abgegeben wurde. Allerdings könnte ihm die Willenserklärung der E, also die Äußerung bezogen auf den Kauf der konkreten weißen Taube zu dem konkreten Preis von 9.000 Euro bei Sven zuzurechnen sein. Gemäß Paragrafen 164 folgende. Jetzt siehst du das erste Mal, wie schön es ist, Prüfungsschemata auswendig zu können, weil du das der Stellvertretung jetzt Schritt für Schritt durchprüfst. Vorab kannst du kurz feststellen, dass bei nicht höchstpersönlichen Willenserklärungen eine Stellvertretung stets zulässig ist, kannst du das aber auch aufgrund der Offensichtlichkeit weglassen. Geschmackssache. Ich hätte es aber wieder gemacht, da ein bisschen Wissensprostitution nie schadet und man so schön in seinem auswendig gelernten Konzept bleibt. Im Gutachtensstil solltest du derart Offensichtliches jedoch nicht behandeln. Deinem Prüfer ist schon klar, dass deine Bearbeitungszeit dafür niemals genügen würde. Weiter müsste eine eigene Willenserklärung der E vorliegen. Das ist immer der Fall, wenn Spielraum hinsichtlich mindestens einer der Essentialia Negoti besteht. Hier war die Vollmacht hinsichtlich des Gegenstandes lediglich darauf beschränkt, dass es sich um eine Taube handeln musste und der Preis auf ein Limit von 10.000 Euro. Über den Vertragspartner, die Art der Taube und den Preis nach unten hin konnte eh selbstständig entscheiden. Damit lag eine eigene Willenserklärung vor. Als nächstes müsste Handeln im fremden Namen vorliegen. Der Sachverhalt erklärt hier relativ eindeutig, dass E zu S gesagt hat, die Taube für B erwerben zu wollen. Hier bietet sich also beim Ausformulieren wieder hervorragend der verkürzte Gutachtensstil an. Also indem E gegenüber S äußerte, die Taube für B erwerben zu wollen, hat sie auch im fremden Namen gehandelt. Auch den nächsten Punkt kann man super abkürzen. Indem B der E Vollmacht zum Kauf einer Taube erteilte, hat er ihr rechtsgeschäftlich Vertretungsmacht eingeräumt. 9000 Euro waren von der bis auf 10.000 Euro gedeckelten Vollmacht auch erfasst. Im letzten Unterpunkt zur Vertretung stellst du dann noch fest, dass die Voraussetzungen der Paragraphen 167 folgende gegeben sind. Denn es gilt die Regel, wer A sagt, muss auch B sagen. Also immer wenn du einen Oberpunkt mit Unterpunkten prüfst, gibt der letzte Unterpunkt das Ergebnis dazu wieder. Als nächstes ein kleiner erster Tricky zum Minderjährigenrecht. Paragraph 131 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1. Der wird sehr oft übersehen. Danach wird eine Willenserklärung gegenüber einem Minderjährigen erst wirksam, wenn sie seinem gesetzlichen Vertreter zugeht. Nach Absatz 2 Satz 2 wird sie den beschränkt geschäftsfähigen im Sinne des Paragraph 106 in Verbindung mit Paragraph 2 gegenüber jedoch auch sofort wirksam, wenn sie lediglich rechtlich vorteilhaft ist. Jedes Angebot ist insoweit stets als lediglich rechtlich vorteilhaft zu betrachten, da ein solches allein keine Verpflichtung begründet und dem Minderjährigen lediglich die Möglichkeit einräumt, einen Vertrag zustande zu bringen. Allerdings könnte die Willenserklärung des B aus einem anderen Grund unwirksam sein. Sie könnte nämlich aufgrund von Anfechtung nach Paragraph 142 Absatz 1 als von Anfang an nichtig gelten. Auch hier kannst du wieder wunderbar das in Folge 5 gelernte Prüfungsschema durchknüppeln. Der Zulässigkeit der Anfechtung steht nichts entgegen. Insbesondere ist hier nicht problematisch, ob die Vollmacht angefochten werden kann, da B das Angebot selbst angreift. Dass er sich auf die von E abgegebene Willenserklärung sowie deren Irrtum berufen kann und auch muss, ergibt sich aus Paragraph 166 Absatz 1. Weiter müsste ein Anfechtungsgrund gegeben sein. Den würde ich immer im Gutachtenstil prüfen, da man hier immer gut argumentieren kann. Vorliegend könnte ein Eigenschaftsirrtum nach Paragraph 119 Absatz 2 gegeben sein. Dazu müsste E über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Sache geirrt haben. Wie du siehst, haben wir jetzt hier dreifach geschachtelt, also quasi drei Obersätze hintereinander aufgestellt. Die müssen nachher in jedem Fall alle wieder geschlossen werden. Jetzt aber erstmal zur Definition der verkehrswesentlichen Eigenschaft. Das sind alle auf der natürlichen Beschaffenheit beruhenden, wertbildenden Merkmale einer Sache, von gewisser Dauer, die nach der Verkehrsanschauung erheblich sind. Insoweit be sich darauf beruft, die Taube sei maximal 10 Euro wert, kann dies kein Eigenschaftsirrtum begründen. Der Preis selbst ist nämlich kein wertbildendes Merkmal, sondern nur das Produkt aller wertbildenden Merkmale. Allerdings ist E vorliegend davon ausgegangen, dass die weiße Taube genauso wettkampfgeeignet sei, wie alle anderen Tauben auch. Hat also ihre Geschwindigkeit, Fluglust und den allgemeinen Wettkampfesprit, wie man im Taubenzüchter-Jargon zu sagen pflegt, falsch eingeschätzt. Diese bilden den wesentlichen Wert einer Wettkampftaube. Sie irrte darüber eine verkehrswesentliche Eigenschaft. § 119 Absatz 2 liegt damit vor. Es ist also ein Anfechtungsgut gegeben und wir haben die aufgestellten Obersätze mit einem bejahenden Ergebnis geschlossen. Die Auslegung nach § 133, 157 der Erklärung des B, das Geschäft für null und nichtig zu erachten, ergibt auch, dass er zu erkennen gibt, das Rechtsgeschäft aufgrund des Willensmangels der Ehe nicht mehr gelten lassen zu wollen. Dies genügt für eine Anfechtungserklärung, da das Wort Anfechtung vom Rechtslaien nicht ausdrücklich genannt werden muss. Auch gilt diese durch die Erklärung gegenüber den Eltern nach § 131 als zugegangen. Allerdings müsste er dies als nächstes auch fristgemäß erklärt haben. Nach § 121 Absatz 1 Satz 1 hat die Anfechtung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern vom Moment der Kenntniserlangung von dem Irrtum an zu erfolgen. Also innerhalb einer nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessenen Prüfungs- und Überlegungsfrist. Hier hat B schon bei Übergabe der weißen Taube die mangelnden Taubenverständnisskills der Ehe erkannt und hätte als Profitaubenzüchter sofort sehen müssen, ob das Tier für seine Zwecke über genügend Fluglust und allgemeinen Wettkampfesprit verfügt. Er hat hingegen nur mangels Bock ins Ruhrgebiet zu fahren nicht gehandelt. Er hat damit schuldhaft gezögert, weshalb die Frist nach § 121 nicht eingehalten wurde. Wer A sagt, muss auch hier wieder B sagen. Also hier feststellen, dass keine wirksame Anfechtung und damit keine Nichtigkeit des Angebots vorliegt. Ein Angebot des B liegt also vor. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob eine wirksame Annahme des S gegeben ist. Inhaltlich hat er eine solche erklärt. Allerdings ist S hier nach den § 106 und § 2 beschränkt geschäftsfähig, weshalb die Wirksamkeit seiner Willenserklärung nach den § 107 folgende zu prüfen ist. Gehen wir also auch hier das gelernte Schema durch. Da S sich durch die Annahme kaufvertraglich dazu verpflichten würde, B Eigentum an der Taube zu verschaffen, ist die Erklärung nicht lediglich rechtlich vorteilhaft. Eine vorherige Einwilligung durch seine Eltern ist im Sachverhalt ebenfalls nicht vermerkt. Allerdings könnte § 110 der sogenannte Taschengeldparagraf greifen. Um im Otze-Schema zu bleiben, um zu verdeutlichen, dass auch ein Paragraf-Definition bzw. Voraussetzung sein kann, habe ich in Klausuren oft hingeschrieben, dazu müssen dessen Voraussetzungen vorliegen. Der Minderjährige, hier also S, muss die vertragsgemäße Leistung also mit Mitteln bewirkt haben, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung überlassen worden sind. Dieses Ding hier wird ja auch Taschengeldparagraf genannt. Hier hat S aber kein Geld, sondern eine Taube geleistet. Ob so eine Zuchttaube auch unter die Norm des § 110 fällt, scheint kritisch, weshalb hier ein Problem des Falles liegt. Hier muss also argumentiert werden. Wenn wir Juristen uns fragen, ob ein konkreter Sachverhalt unter eine abstrakte Norm passt, müssen wir die Grenzen dieser Norm genau feststellen. Dies machen wir durch unsere absolute Haupttätigkeit, die sogenannte Auslegung. Am geilsten kommt es erfahrungsgemäß in der Prüfung rüber, wenn du genau den altbewährten Vierer-Auslegungskanon Methode für Methode durchprüfst. So zeigst du dem Prüfer, dass du nicht einfach irgendein Lehrbuch oder Urteil auswendig gelernt hast und dem BGH schön nach dem Maul laberst, sondern selbst juristisch denken kannst. Machen wir das hier also auch am besten mal genau so. Vom Wortlaut her können Mittel alles sein, also nicht nur Geld, sondern auch alle sonstigen Gegenstände. Spricht man beispielsweise von einem mittellosen Menschen, wird damit sicher nicht jemand gemeint sein, der zwar auf dem Konto gerade im Minus ist, aber eine Villa, einen Porsche und einen Taubenschlag sein Eigen nennt. Auch eine systematische Auslegung bestätigt diese Sichtweise. Paragraf 827 benutzt ebenfalls den Begriff der Mittel in einem allgemein sachlichen Kontext, in dem er bestimmt, dass demjenigen Fahrlässigkeit bei einer Schadensverursachung zur Last fällt, wenn er geistige Getränke oder ähnliche Mittel zu sich nimmt. Mittel kann also hiernach nicht nur Geld meinen, sondern die Taube kann weiterhin unter Paragraf 110 fallen. Mangels Vorhandenseins der Materialien des Gesetzgebers in der Klausursituation kommt eine historische Auslegung in der Klausur regelmäßig nicht in Betracht. Was man so auch kurz vermerken kann, um zu zeigen, dass man generell in der Lage dazu wäre, wenn der Klausurersteller etwas derartiges abgedruckt hätte. Kommen wir also zur weitgreifendsten Auslegungsmethode. Der Auslegung nach dem Sinn und Zweck. Hier kann man letztlich fast alles hinschreiben, was man will. In den 80ern hätte man vermutlich gesagt, Lese fair, lass die Kinder machen, was sie wollen. In den 50ern, Zucht und Ordnung muss sein. Kinder sind da, um geschlagen zu werden und damit basta. Und in den 40ern kommt auf die Rasse der Taube an. Was ich damit noch einmal verdeutlichen will, ist folgendes. Die teleologische Auslegung ist die mit Abstand stärkste Auslegung, weil sie quasi moralische Wertungen in das Recht einfließen lassen kann. Obwohl sonst beides eigentlich strikt zu trennen ist. Zu begreifen, was das bedeutet, ist ziemlich komplex. Aber versucht dir einfach mal klar zu machen, dass man hier quasi jeden Zweck verfolgen kann, den man möchte, um eine Norm eventuell sogar teleologisch zu reduzieren oder über den Wortlaut hinaus analog über ihren ursprünglichen Sinn hinaus zu erweitern. Wenn du das begreifst, ist das hier das mächtigste Instrument, was du als Jurist nur einsetzen kannst, um damit später vielleicht mal Menschenleben zu retten, in dem du sagst, Moment mal, Patient meint alle Patienten und kann nicht nur auf Privatpatienten zugeschnitten sein. Oder umgekehrt kannst du ganze Menschengruppen auslöschen, in dem du erklärst, wer unarischer Abstammung ist, ist nicht wirklich ein Mensch, weshalb auf ihn die allgemeinen Menschenrechte nicht anwendbar sind. Bereits hier in der Klausur solltest du diese Macht so weit ausnutzen wie möglich. Allerdings empfehle ich dir, hier nicht deine persönlichen ethischen Ansätze zwanghaft raushauen zu wollen, sondern dein Ziel sollte die bestmögliche Note sein. Deshalb lautet deine Maxime Klausurtaktik. Und genau hier kommt dir zugute, nicht einfach drauf loszuschreiben, sondern eine Lösungsskizze zu erstellen. Wenn du jetzt zu dem Ergebnis kommst, dass Paragraf 110 greift, ist damit die Willenserklärung des S wirksam. Im Sachverhalt kam aber noch irgendwas mit den Eltern vor, als irgendwas mit der Genehmigung, was du dir so von der Prüfung her abschneiden würdest. Grundsätzlich gilt bis zum ersten Examen, dass kaum ein Satz des Sachverhalts überflüssig ist. Erst recht keine ganzen Absätze. Schneidest du dir jetzt hier die Lösung ab, müsstest du hinsichtlich der Genehmigung ein Hilfsgutachten anfertigen, was quasi nie von der Klausur her so vorgesehen ist. Es gibt schon mal den ein oder anderen freakigen Prof, der sich einen Namen dadurch machen will, Leute in die Irre zu leiten. Aber zumindest bei meinen Examensklausuren war jeder Satz immer wertvoll. Deshalb wollen wir jetzt also auch dahingehend argumentieren, dass die Taube von Essen nicht unter Paragraf 110 fällt. Man könnte das Ganze jetzt als Meinungsstreit darstellen und irgendwas schreiben von wegen, eine Meinung sagt, die andere Meinung sagt. Ich war aber zumindest im Zivilrecht immer ein Fan davon, alles als eigene Diskussion zu verkaufen. Ganz einfach, weil es auch hier wieder beeindruckender auf den Prüfer wirkt, wenn du so tust, als hättest du noch nie etwas von einem Problem gehört und würdest es dir jetzt erst während der Klausur aufgrund deines überproportional geilen Problembewusstseins herleiten können. Ich würde das hier vielleicht folgendermaßen formulieren. Dafür, dass die Taube dem Ess zur freien wirtschaftlichen Verfügung überlassen wurde, spricht zwar, dass seine Eltern davon gewusst haben müssen, dass er sich derartige Tiere hält und sie züchtet und damit auch der allgemeinen Pflege und sonstigen Versorgung über die Tauben zugestimmt haben müssen. Dies könnte auch den Handel mit den Tieren beinhalten. Dagegen spricht jedoch der Minderjährigen-Schutz. Die allgemeine Wertung des Gesetzgebers möchte den Nichtvolljährigen davor schützen, unüberlegte Verpflichtungen einzugehen, die er hinterher bereuen kann. Gerade zu Tieren bauen junge Menschen schnell emotionale Bindungen auf, die bei Auflösung zu einem Gefühl tieftragender Trauer und Reue führen kann. Dabei ändert es auch nichts, wenn die jeweilige Tierart in größerer Vielzahl oder gar einer ganzen Zucht gehalten wird. Gerade bei einem so schönen und edlen Getier wie der Taube kann davon ausgegangen werden, dass zu jedem einzelnen Wesen eine besonders innige Beziehung aufgebaut wird. Dafür spricht nicht auch zuletzt, dass den Tieren ab einer gewissen Größe ein Ring zur Identifizierung über die Greifer gezogen wird, was man schon unter Menschen im Optimalfall nur bei einer besonderen Bindung und Nähebeziehung zueinander macht. Deshalb greift Paragraf 110 im vorliegenden Fall nicht. Mit Schutzzwecken in der teleologischen Auslegung zu argumentieren, kommt übrigens immer besonders geil. Da kann man nämlich auch mal ganz gut ein Grundrecht mit einfließen lassen. Hier zum Beispiel Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Das ist deshalb besonders beeindruckend, weil man damit am besten darstellt, dass die Wertung nach dem Sinn und Zweck eben nicht nur auf Grundlage einer eigenen Moralvorstellung erfolgt, die man sich bei Betrachtung irgendeines peinlichen Conspiracy-YouTube-Videos weggeholt hat. So Allah, Seit Anbeginn der Zivilisation im Mesopotamischen Reich gibt es zwei Sorten von Menschen, den einfachen Mensch und den Übermensch. Letzterem gelingt es im Laufe seiner Adoleszenz mittels geheimer Meditationstechniken und besonderer Lesart menschenlenkender Zeichen, das spirituelle Molekül DMT seiner Zirbeldrüse im alltäglichen Leben auf eine überproportionale Aktivität zu erhöhen. Den erfolgreichen Vollzug dieser Übermenschlichkeit erkennt man in gewissen Lichtwinkeln an einer Auswölbung im unteren Teil der Stirn zwischen den Augenbrauen, welche von vielen Kulturen von letztlich nur Halbwissenden als drittes Auge beschrieben wurde. Letztlich jedoch nur das Ausmaß einer ultimativen Erkenntnis biogenetisch symbolisiert, der in Einklangbringung der unendlichen Bipolarität des Seins. Im Mikrokosmos, im Makrokosmos und hier. Daher wissen diese Menschen, dass jeder kreative Akt der Existenz auf dem Zusammenspiel jeweils zweier Kräfte beruht. Frau und Mann, richtig und falsch, gut und böse, Teil und Gegenteil, Tod und Leben, linke Seite und rechte Seite, Proton und Antiproton, nicht sein und sein. Darauf, dass der einzig erhebliche Weg darin besteht, sich selbst als dritte Instanz zwischen diese beiden Pole zu stellen, wird durch eine versteckte Propagierung des Dreiecks hingewiesen. Dahingehende Beispiele sind die Mystifizierung der heiligen Dreifaltigkeit, der Bau der Pyramiden, das Winkelmaß der Freimaurer oder gewisse Logos überproportional fetter YouTube-Channels. Dass diese in Einklang zu bringende Bipolarität auch der Ursprung der Urexplosion des von dir in diesem Moment als real empfundenen Universums bildet, ist vollkommen selbstverständlich und ergibt sich zum Beispiel aus der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte des ersten Buch Mose, in dem Gott plötzlich unerwartet im Atortativ der zweiten Person Plural sagt, Nein, sowas hast du gar nicht nötig. Denn am geilsten ist es, wenn du die Wertungslinie nutzt, die uns Juristen nun einmal vorgegeben ist, die des Gesetzgebers. Deshalb auch hier mein Tipp. Versuche, wann immer möglich, nicht deine eigenen Moralvorstellungen zu nutzen, sondern das Grundgesetz innerhalb deiner theologischen Auslegung einfließen zu lassen. Daraus ergeben sich nämlich ganz viele Sinne und Zwecke, die der Gesetzgeber für notwendig erachtet. Also hier Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz, aus dem sich ergibt, dass auch der Schutz von Kindern dem Staat in gewissem Rahmen obliegt. Als letzten Unterpunkt unter der Annahme muss man nun feststellen, dass die Willenserklärung des S damit jedoch noch nicht nichtig ist. Sie kann jedoch lediglich zu einem schwebend unwirksamen Vertrag führen. Es ist also durch Angebot und Annahme damit zwischen B und S zunächst ein schwebend unwirksamer Vertrag zustande gekommen. Der Anspruch auf Zahlung aus Kaufvertrag liegt damit nur vor, wenn eine Genehmigung der Eltern nach §108 vorliegt. Grundsätzlich hatten die Eltern gegenüber S Ja, Ja gesagt, als er von seinem Verkauf erzählt hat, also wahrscheinlich die Genehmigung erteilt. Allerdings hat B die Eltern zur Erklärung aufgefordert. Dies führt nach §108 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz zu der Unwirksamkeit der Genehmigung gegenüber S und sie kann nach §108 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz nur noch gegenüber B erklärt werden. Dies ist nicht innerhalb von zwei Wochen passiert. Also gilt sie per gesetzlicher Fiktion nach §108 Absatz 2 Satz 2 als verweigert. Ein Kaufvertrag ist damit nicht zustande gekommen, der Anspruch auf Zahlung also nicht entstanden und wir schließen wieder unsere Obersätze von oben. Eine Prüfung, ob der Anspruch auch untergegangen und durchsetzbar ist, erübrigt sich daher. Wer A sagt, muss auch B sagen und wir schließen unseren Hauptobersatz vom Anfang mit folgendem Satz. S hat keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen B gemäß §433 Absatz 2. Das ist unser Gesamtergebnis zur Frage unserer Klausur. Jetzt verstehst du damit, was ich meine, Jura-Klausuren sind wie Mathe-Klausuren aufgebaut. Unsere Hauptformel ist der Gutachtenstil. Die Prüfungsschemata zu den einzelnen Problemfeldern sind unsere Unterformel. Wenden wir die aufeinander folgend an, sollten wir alle Probleme einer Klausur unterbekommen. Wie deep man im Einzelnen schachtelt und mit welcher Intensität man was prüft, wird sich immer von Natur aus von Klausurbearbeiter zu Klausurbearbeiter unterscheiden. Das ist unvermeidbar. Insoweit ist Jura nämlich eben kein Mathe, sondern bringt emotionale Sachverhalte in ein normiertes System. Jeder Jurist beharrt an anderer Stelle darauf, was wesentlich ist und was nicht. Justitia hält ja auch die Waage mit geschlossenen Augen an ihren Fingern, fühlt also in gewissem Rahmen. Genau wie alle anderen Frauen und Menschen auch. Einer kommt es auf Ehrlichkeit an, der Nächsten auf einen nicen Buddy und wieder eine andere achtet auf ordentliche Schuhe. Das ist bei unserem Fach part of the game und deshalb wird bei unserer großen Notenskala jeder Prüfer immer wieder etwas anderes würfeln. Aber das Einzige, was du machen kannst in der Klausur, ist so gut wie möglich den Mainstream zu treffen. Also die Mainstream-Prüfungsschemata etc. Dich also so wenig angreifbar machen wie möglich. Um zu unserem Schaubild der Justitia zurückzukommen. Anstatt zu argumentieren, warum Ehrlichkeit nicht immer das Wichtigste ist und Buddy und Schuhe ja eh eigentlich voll so oberflächlich sind, sei doch einfach mal ehrlich, achte auf deinen Körper und zieh dir schicke Schuhe an. Zumindest, wenn du eine juristische Klausur schreibst. Du selbst kannst du immer noch außerhalb der Uni sein. In der Klausur willst du aber nur eine gute Note. Und genauso wenig, wie du in einer Mathe-Klausur darstellen solltest, dass das Dezimalsystem nur das Zweitbeste ist, was es ganz nebenbei bemerkt tatsächlich ist, willst du in der Jura-Klausur von dem abweichen, was der Prüfer am einfachsten Punkt für Punkt Mainstream-Prüfungsschema für Mainstream-Prüfungsschema abhaken kann. Behalte das im Kopf. Wenn du Lust hast, kannst du dir mal überlegen, was rauskäme, wenn gefragt gewesen wäre, ob es wenigstens seine Taube wieder heraus verlangen kann. Wer die schönste Lösungsskizze zu dieser Frage unten in die Comments droppt, bekommt ein Original-Barbarossa-Platz-District-Shirt. Kleiner Hinweis, die volle Punktzahl würde man nur erreichen, wenn man bei der dinglichen Einigung einen wesentlichen Unterschied zu obigen Lösungen aufgrund des Abstraktionsprinzips erhält. Abschließend will ich dir für dein Prädikatsexamen noch den Tipp geben, dir spätestens bei der Wiederholung zum ersten Examen noch einmal die anderen Folgen zum BGB-AT reinzuziehen. Es sind zwar insgesamt rund drei Stunden Jura-Stuff, aber Böde für Böde das Norm für das Absoluter. Wow. Klasse. Leben bitter. Geisteskrank. Beste, was du während deines Jurastudiums jemals hören und sehen wirst. Viel Glück und Erfolg für deine Klausuren. Welcome to the Jungle, dich gewachsen, Paragrafen, fühlst dich vom Gesetz verraten, willst den lieben Gott verklagen, Dr. Justice, hilf dir das Gestrüpp zerschlagen, ist der Mann für deine Fragen in allen Lebenslagen. Der Doktor kennt kein Lamentin, die Staatsanwaltschaft guckt, denn der Justizia drückt auf Abonieren, dem Richter fliegt der Hammer weg. Dr. Justice, Dr. Justice, Dr. Justice, macht es klar. Doktor, Doktor, bin am Lernen wie ein Beklopter. Ein Mann, Roboter, rotierender Helikopter, ein Paragrafenreiter, der nicht fest im Sattel sitzt. Wenn ich am Examen schalte, heißt es alles oder nix Weil die Zeit wie immer knapp ist, geh ich zügig in die Praxis Ruf nicht die Polizei, ruf lieber Dr. Justice Lass den Hammer fangen wie Tumor And always remember, make up your own mind Hammer is not be right